spielte es erstes mal fußball ich habe es noch zu spielen ich muss Salam Ach komm Goooooooooooooooooooooooooooooooo Ich bin Gold, ich bin Stark Ich bin Schlauer, ich bin Grafer ich bin ein deutscher das ist deutschland und ich bin nicht da ist mein sterns zeichen ich muss es an to machen es ist jetzt nicht kanzlei ja 2 0 ich brauche einen fußaballer Nein, lauf, 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 die Lappen, Alter. Da komme ich, der 25. Nein. Da bin ich wieder der 25. Nein. Wow, nett. Digga, zwei Mal mehr, was ist da los? Ich kann kein Tor machen, einfach. Hey, was war denn das? Ey, ist die nicht so schlecht? Guck mal, ich hab den kurz... Hier, die Schechen sind einfach gut. Na? Oh, gut sei Dank. Ich will den Nigger... ...passen. Willst du es schaffen? Ja! Ah, 1-0 gegen Schechen. Na, Schechen. Oh, Elfmeternot. Dieses furchterregende Spiel heißt... Kenne ich. Was? Ich muss den Nigger neu starten. Den Nigger pass ich genau? Da bin ich mal ein Stern. Ich pass dir hin. Wie soll ich den passen? Kein Werbung. Wieso drück ich dann? Ich wüsste mich mal an. Ja, also? Nein, 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 nein. Oh, knapp. also die schäften waren zu gut ja 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 ich bin echt der bayern ja ich habe england gedrückt 66 und es ist gegen die team ich mach das move 1 1 ja mach das ja zwei sterne ja ich will aufpassen Was war das? Was war das? Junge, tschüss.